Brand redet. Small Talk im Detail. In dieser Ausgabe spreche ich mit Martin. Er war Mitarbeiter im Fachpersonal einer Behindertenwerkstatt und ebenfalls im Werkstattrat tätig. Ihm wurde mangelnde professionelle Distanz vorgeworfen, weshalb sein Vertrag nicht verlängert wurde. Wie es dazu kam, jetzt bei Brand redet. Bei mir heute zu Gast im Studio ist Martin aus Sachsen. Er hat einen weiten Weg zurückgelegt, um mit mir über das Thema Werkstätten für behinderte Menschen zu reden. Aber Martin, erzähl mal, wie kam es eigentlich dazu? Ja, danke Luis. Also danke erstmal für die Einladung auf jeden Fall. Gerne, gerne. Das ist ja tatsächlich eine kleine Weltreise. Tja, wie kam es dazu? Also ich habe selber für zwei Jahre in einer Werkstatt gearbeitet, also im Personal als Betreuer. Und naja, also generell dieses Thema Behinderung und so interessiert mich selber sehr doll. Ich möchte auch in Zukunft sehr in die Richtung weiterarbeiten. Und habe deswegen auf YouTube mich mal rumgeklickt und bin halt auf deinen Kanal gestoßen. Und so sind wir wieder ja auch ins Gespräch gekommen. Und dann hat man ja zusammen die Idee, dass ich halt mal vielleicht hier in deine Sendung komme. Tja, wie fange ich jetzt an? Vielleicht erstmal zu meinem Hintergrund ein bisschen. Also ich bin lustigerweise eigentlich gelernter Kameramann, wie es glaube ich bei ganz vielen ist, die so im sozialen Bereich arbeiten. Also viele sind ja Quereinsteiger, die Erzieher lernen oder so, sind vorher Bäckersfrau gewesen oder irgendwas. Das gibt es ja ganz oft. Und bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, Kameramann gelernt hatte, dann allerdings in meiner Heimat, die eher dörflich ist, damit nicht viele Arbeitsmöglichkeiten gefunden habe und mich deswegen nochmal umorientieren musste. Und war dann, also bin relativ naiv eigentlich mit einem langen Zettel, auf dem einfach nur stand, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, bin ich durch die Straßen unserer Stadt gelaufen. Und auf dem Zettel stand unter anderem die Behindertenwerkstatt, die bei uns im Ort ist. Und da bin ich dann einfach dahin und habe da geklopft bei der Personalverantwortlichen in der Tür und meinte, ja, hallo, guten Tag, brauchen Sie zufällig noch jemanden? Und so zu meiner Verwunderung hat die Dame dann halt einen dicken Ordner rausgeholt und meinte, warten Sie mal, ich glaube, ich habe da was für Sie. Und dann hat sie kurz geblättert und meinte, gucken Sie mal hier, Mitarbeiter im medizinischen Dienst, das wäre was für Sie. Und ich meinte, ich bin Kameramann, also ich habe noch nie irgendeinen medizinischen Beruf gelernt oder irgendwas. Ach doch, das geht schon, das können Sie schon, das kriegen Sie hin. Und dann habe ich mich beworben und also ich werde auch der Werkstatt für immer dankbar sein, dass ich tatsächlich die Chance bekommen habe, ja, wie gesagt, als Mitarbeiter im medizinischen Dienst da zu arbeiten. Letztendlich, das ging deswegen, weil das, ich sage mal in Anführungsstrichen, niedere medizinische Tätigkeiten waren. Also so wurde mir das erklärt, das ist halt tablettenreich im Blutdruckmessen, also Sachen, wo man eine kleine Weiterbildung bekommt, aber keine dreijährige Ausbildung braucht, um das zu machen. Ist quasi sowas wie, es gibt ja hier auch einen erzieherischen Bereich, Erzieher und eben als Tätigkeit ein ist. Das ist quasi genauso was, also etwas abgestufter, aber eben, dass man in der Art Beruf arbeiten kann, ja. Und es war der Hammer, es war total schön, also ich hatte, also ich kam auch davor aus einer Firma, als ich halt Kameramann war, wo es, wo die Arbeit eine gewisse Routine hatte, wo ich halt, also meine Arbeit gut beherrscht habe, aber jeden Tag dasselbe gemacht habe. Wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln und deswegen wollte ich auch irgendwie was anderes machen. Und als ich dann in der Werkstatt angefangen hatte, war das Tolle, also ich wurde so ins kalte Wasser geworfen und hatte aber eine unglaubliche Möglichkeit, mich irgendwie zu entfalten. Also, die Kollegen sind auf mich zugekommen und meinten, ja, wir haben hier so einen Kurs, so wie so eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Depressionen und so. Hättest du Lust, das zu führen, dass du dich einmal die Woche mit denen zusammentriffst, so in einer Runde und so ein bisschen Gespräche und so. Ich meinte, das habe ich noch nie gemacht. Ja, na klar, na klar, kriege ich irgendwie hin. Dann hieß es, ja, du, wir haben, hättest du Lust, eine Trommelgruppe vielleicht zu gründen? Ja, okay, dann mache ich eine Trommelgruppe. Und ich bin so von jeder Woche in die nächste bin ich in irgendwelche Sachen reingestolpert, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Und was mir aber ein unglaubliches Selbstvertrauen gegeben hat, weil ich immer gemerkt habe, toll, man muss es eigentlich nur machen. Man kann so vieles. Und dazu, was halt auch einfach schön war, also ich hatte davor schon eine gewisse Affinität zu Menschen mit Behinderung, weil ich mal ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht hatte an der Körperbehindertenschule und deswegen auch schon viele Menschen mit Behinderung auch so privat kannte. Und es hat sich tatsächlich auch in der Werkstatt schnell wieder ergeben, dass viele der, also betreute Mitarbeiter, heißt es da in der Werkstatt, auf mich zugekommen sind und sich da auch, naja, Freundschaften, ich weiß nicht, also viel Zwischenmenschliches ergeben hat so, wo man dachte, Mensch, es ist total schön, dass ich den Leuten hier helfen kann und gleichzeitig die aber auch sehr offen von sich erzählen. Und das war so ein Geben und Nehmen, was ich sehr schön fand. Du meinst, dass die Ebenen sich quasi verwischt haben, weil es ist ja dieses typische, ich bin dein Betreuer, du bist mein Patient oder Klient oder sowas. Und das ist halt, es ist halt immer dieses Hierarchie-Denken, gerade in solchen Einrichtungen und das verwischt oft. Also kann ich voll unterstreichen. Es ist auch, also ich weiß, dass ich, als ich in der Werkstatt angefangen habe, sehr polarisiert habe unter den Kollegen. Also es gab viele, die gesagt haben, Mensch, das ist so toll, Martin, du bringst hier so frischen Wind rein und so deine Ansichten und das ist so schön. Und es gab aber auch viele Kollegen, die eben auch für sich persönlich eigentlich eher eine Distanz wollten zu den betreuten Mitarbeitern. Und die halt überhaupt nicht verstehen konnten, wieso ich nach der Arbeit noch mit jemandem Eis essen gehe, der da halt als betreuter Mitarbeiter arbeitet. Das finde ich auch immer. Wenn man in einen Beruf geht, mit dem man keine Erfahrung gemacht hat und wo man keine Ausbildung, kein Studium hat, ist es besser. Also gerade im sozialen Bereich, weil man macht es einfach aus dem Bauch, aus dem Kopf raus, wie man es erfahren hat, was man vorher für Erfahrungen hatte, für Erlebnisse hatte. Und so ist man dann einfach dabei und übt den Beruf aus. Weiß ich nicht. Also ich sage mal so, ich will ja jetzt nicht alle schlecht reden, die ein soziales Studium irgendwie gemacht haben, vor allem, weil ich das jetzt auch demnächst mache. Aber eine lustige Anekdote, die wirklich so gewesen ist, da meinten betreute Mitarbeiter zu mir über die Sozialarbeiterin, die für sie zuständig ist. Oh, die war früher so cool, die hat auch in der Freizeit mit uns das und das gemacht und so. Und seit ich ihr Studium gemacht hat, ist die irgendwie voll distanziert und so. Und dann habe ich ein paar Wochen später mit jemand ganz anders gesprochen und für den war eine ganz andere Sozialarbeiterin zuständig. Und da meinte der über die ganz andere Sozialarbeiterin, oh, die war früher irgendwie viel cooler, aber seit ich ihr Studium gemacht hat, ist die voll distanziert. Also es ist wirklich so, das schwebt immer so ein bisschen im Raum, so in der ganzen Werkstatt, wenn du ein Studium gemacht hast, dann wissen die betreuten Mitarbeiter immer schon, naja, dann wird er sich wahrscheinlich demnächst zurückziehen und nicht mehr so viel von sich preisgeben, von sich, was er auch privat irgendwie, also dann wird es eine Trennung geben zwischen beruflichem und privatem. Das ist auch nicht schlecht reden oder so, also es soll sich nicht so anhören, aber man merkt das halt. Ich wohne ja auch im Internat, wir hatten auch jemanden hier, der hat als ATEler, also als Tätigkeit eines Betreueres hier gearbeitet und der hat auch kein Studium in dem Bereich gemacht. Der hat sich ganz anders verhalten, als man mit dem Studium macht, was natürlich klar ist, weil man andere Erfahrungen macht, andere Inhalte lernt, andere Inhalte aufgreift. Ja, es ist so eine Mauer dazwischen irgendwie. Ab einem bestimmten Punkt ist dann einfach Schluss, so. Deine Freundin von mir, die sitzt auch im Rollstuhl, die meinte, also jetzt, wenn ich jetzt zum Studium gehe, Martin, tu dich bloß nicht verändern, wehe, dann kriegst du von mir aufs Maul. Nee, aber das ist echt so eine latente Angst, die da so ein bisschen mitschwingt, das ist interessant. Also ich arbeite da jetzt nicht mehr, ich fange jetzt ein Studium an demnächst, Heilpädagogik werde ich studieren. Hintergrund ist der, dass ich da eine befristete Stelle hatte und also auch dieses Thema, dass ich halt in der Freizeit mich mit Mitarbeitern treffe und so. Also da wurde dann einfach zwischen den Zeilen so mit Kollegen halt einfach dann irgendwann gesagt, ja, im Grunde ist es egal, also was du in deiner Freizeit machst, das ist jetzt hier jetzt auch nicht so schlimm, also das würden andere Kollegen anders machen, aber ja, ist auch in Ordnung. Und trotzdem hieß es dann nach zwei Jahren, als dann die Frage war, ob meine Entfristung aufgehoben wird zu einer Festanstellung oder nicht, hieß es dann, nee, nee, tut mir leid, es klappt leider nicht. Und auf meiner Nachfrage hieß es dann vom Chef, dass der Grund mangelnde professionelle Distanz ist. Kann ich aber erklären, weil, also ich habe dann auch nochmal nachgehakt und so, weil ich halt dann auch meinte, aber ich dachte, das ist kein Problem, dass ich hier in der Freizeit was mache und so. Und dann kam irgendwann ein bisschen raus, naja, das Problem ist der Werkstattrat, jetzt komme ich so vom Hundertstel ins Tausendstel, jetzt müsste ich erklären, was der Werkstattrat ist, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch, weißt du es? So eine Vertretung, würde ich sagen, von Leuten, die da halt sich beraten, ob das alles gut ist, ob den Leuten das gefällt, so eine Art Betriebsrat passt, würde ich sagen. Ja, das ist ein guter Vergleich, genau. Also es ist so, also normalerweise gibt es ja in Betrieben einen Betriebsrat und in Werkstätten ist es so, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es außerdem einen Werkstattrat geben muss. Das ist quasi ein Betriebsrat, aber für die betreuten Mitarbeiter. Das heißt, dann gibt es irgendwie 400 Leute, die da in der Werkstatt arbeiten und die wählen untereinander ihre fünf oder sieben Leute oder so, die in diesen Werkstattrat kommen. Und die haben auch echt fette Rechte, also die dürfen mitentscheiden über die Höhe der Gehälter, die die behinderten Mitarbeiter bekommen oder zum Beispiel über die Menge an Urlaubstagen und so. Die haben echt wirklich gute Rechte und gleichzeitig kann es natürlich sein, wenn die sich untereinander wählen und die wählen alle nur ihre Kumpels, dass fünf Leute dann da in diesem Werkstattrat sitzen, die, naja, sagen wir mal geistig oder kognitiv gar nicht in der Lage wären, die Arbeit dazu verrichten. Und deswegen darf sich, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben in Deutschland, der Werkstattrat jemand als Helfer aussuchen, der kann aus dem Personal sein von der Werkstatt oder auch von außerhalb, das ist die sogenannte Vertrauensperson. Und während meiner zwei Jahre in der Werkstatt war es halt so, dass ein neuer Werkstattrat für vier Jahre gewählt wurde und die halt gefragt hatten, ob ich Vertrauensperson sein möchte bei denen. Und ich meinte, ja, na klar, gerne, ja. Und was dann aber automatisch passiert, ist natürlich, dass man zwischen die Fronten gerät, weil man, die Interessen, also für die Interessen der betreuten Mitarbeiter kämpfen soll und was manchmal auch heißt, dass man gegen die Geschäftsführung was sagen muss und gleichzeitig hat man aber keinen Kündigungsschutz oder so, wie das jetzt in einem Betriebsrat wäre. Und also ich werde es nie hundertprozentig beweisen können, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das der Hauptgrund ist, weshalb ich dann gehen durfte, ehrlich gesagt. Also der Werkstattrat, den wir davor hatten, für die vier Jahre vorher, der war relativ schwach, muss man zugeben. Die haben wenig bewegt und das ist jetzt alles, hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil plötzlich hatten wir einen relativ fitten Werkstattrat, der viel machen wollte. Wir hatten eine, naja, wir hatten eine Vertrauensperson, die eben auch Kim Blatt so richtig vor den Mund genommen hat. Und dann ist das, vermute ich, das ist auch nur eine Einzelmeinung, was ich jetzt hier sagen kann, aber vermute ich, dann ist es halt dem Geschäftsführer ein bisschen zu anstrengend geworden und der meinte, ja, also sie haben ja eh nur einen befristeten Arbeitsvertrag, also tschüss. Also es hat quasi keinen Gefallen gefunden, dass du als Quereinsteiger einfach mal so als medizinischer Dienst gearbeitet hast und dazu eben noch im Rat warst und dazwischen gefunkt hast quasi. Ja, ich glaube, hätte ich einfach nur meine Arbeit gemacht, hätte ich die Stelle jetzt behalten, dann wäre das vielleicht anders gekommen. Und gleichzeitig ist das was, was man aber immer wieder hört, also auch von anderen Werkstätten hört man immer wieder, also so Vertrauenspersonen, ja, der ist weg, wir haben jetzt, naja, der ist gekündigt worden oder der Vertrag wurde nicht verlängert, das hört man immer wieder von Werkstätten. Also man ist als Vertrauensperson echt immer so ein bisschen in der Schusslinie, was gesetzlich auch nicht so gut geregelt ist, muss man sagen, in Deutschland, weil man sich einsetzen soll für die Menschen mit Behinderung, aber gleichzeitig selber völlig ins Fadenkreuz gerät. Was glaubst du, wären Ansätze, wie man das verbessern könnte? Na, also es ist ja in Deutschland gesetzlich geregelt, wenn man im Betriebsrat ist, dass man einen Kündigungsschutz hat. Und genau dasselbe sollte meiner Meinung nach auch für den Werkstattrat gelten und die Vertrauenspersonen vom Werkstattrat. Die betreuten Mitarbeiter, die im Werkstattrat sind, also die Menschen mit Behinderung, die haben ja gewisserweise einen Kündigungsschutz, weil sie ja eh, also in der Werkstatt sagt man, es ist ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis und die sind eh weitestgehend unkündbar. Wenn sie jetzt nicht mit einem Messer durch die Werkstatt laufen oder so, also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich gering, dass man da gekündigt wird in der Werkstatt, gilt aber eben nicht für die Vertrauenspersonen. Also was wichtig wäre in Deutschland, wäre ein Paragraf, in dem steht, die Vertrauensperson genießt einen Kündigungsschutz. Und sofort, das dauert keine zwei Wochen und man merkt sofort, das ist überhaupt nicht klar geregelt, was ich jetzt hier machen darf als Vertrauensperson und was nicht. Das lief dann halt so, dass ich, also dass mein Arbeitsvertrag nicht verlängert wurde leider, was ich also auch nie vergessen werde, die betreuten Mitarbeiter haben dann eine Petition gestartet und haben Unterschriften gesammelt in der Werkstatt, sind ungefähr, also von, jetzt muss ich überlegen, also ich glaube ungefähr 100 Stimmen von 350 Mitarbeitern oder so sind zusammengekommen, die halt wollten, dass ich bleibe und so, hat natürlich jetzt nichts gebracht. Genau, aber es ist natürlich schon eine nette Geste. Es ist ein tolles Zeichen, da kamen auch Briefe an die Geschäftsführung, so von wegen schade, dass ich gehen muss und so. Der Werkstattrat hat sich dann auch nochmal vor mich gestellt und meinte, ja, das ist jetzt schade, dass der Martin gehen muss, aber wir können uns ja aussuchen, ob wir eine Vertrauensperson aus dem Personal haben wollen oder von außerhalb und wir würden gerne, dass der das weitermacht. Und da ist der Geschäftsführung so ein bisschen das Gesicht eingeschlafen, weil die, ich glaube, damit nicht gerechnet haben. Also das Ziel war, also ich muss dazu sagen, alles was ich sage, ist nur eine Einzelmeinung von mir. Jemand anders würde die Geschichte wahrscheinlich anders erzählen, ne? Was ja klar ist. Das Problem ist aber, dass als interne Vertrauensperson in der Werkstatt bekommt man ja Geld, einfach weil man da arbeitet, ne? Als externe Vertrauensperson kommt man natürlich sehr oft trotzdem in der Werkstatt vorbei und es ist nicht so ganz klar geregelt, ob man Geld bekommt dafür oder nicht. Und da bin ich nämlich auch gerade in einem kleinen Rechtsstreit, weil verschiedene Stellen, also zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft für Werkstätten und auch unser Werkstattrat, die legen das so aus, die sagen, natürlich muss die externe Vertrauensperson bezahlt werden. Ganz klar, klar kriegt die Geld. Und die Geschäftsführung, die da natürlich dagegen ist, die sagt, nein, wir müssen sie nicht bezahlen. Wozu? Sie machen das doch ehrenamtlich. Und deswegen, also seit vier Monaten komme ich da jetzt quasi schon vorbei, ohne bisher Geld gesehen zu haben dafür. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich will mich da festbeißen. Also es gibt viele auch aus dem Freundeskreis, die mir sagen, dass das völliger Quatsch ist, was ich da mache, aber es wäre das falsche Zeichen, da jetzt einzuknicken, weil das ist genau das, glaube ich, was die Geschäftsführung möchte. Und ich glaube auch, das ist halt bei dir eine andere Ebene, wie du ja schon sagtest. Du machst das ja nicht, weil du Geld verdienen möchtest, sondern weil du den Leuten helfen möchtest. Richtig, genau. Also natürlich möchte man aber dafür Geld sehen, weil man halt den Aufwand auch betreibt, da hinzugehen und sowas. Verstehe ich schon, aber ich weiß, was du meinst damit. Man muss es halt, man muss es so sehen, wenn ich jetzt irgendwo arbeiten würde und sagen wir mal in einem Kindergarten oder so, als Erzieher, denke ich mir jetzt einfach mal so aus. Und ich bin aber zwei Tage in der Woche in der Werkstatt und um dem Werkstattrat zu helfen, dann kann ich ja in der Zeit nicht in dem Kindergarten arbeiten. Und also ich arbeite dann für weniger Stunden dort. Also irgendwie, ich muss mich ja finanzieren, ich brauche ja trotzdem das Geld, das ich irgendwo verdienen würde in der Zeit. Und das Lustige ist, also das ging dann auch ein bisschen über den Anwalt vom Geschäftsführer. Und der Anwalt vom Geschäftsführer meinte, naja, man könnte das so machen, also wenn sie irgendwo arbeiten und dann aber für ein paar Stunden im Werkstattrat hier vorbeikommen, dann könnten wir quasi der anderen Firma das Geld geben, das sie ja von der anderen Firma bekommen würden, aber wo sie ja nicht arbeiten. Und dass sie, die Firma, also ich erkläre das, also das ist völlig, eigentlich ist es völlig absurd, das macht keine Form mit. Also stell dir vor, du bewirbst dich bei einem Kindergarten für eine 30-Stunden-Stelle und die sagen, ja, wer würden sie nehmen? Sie können gerne für 30 Stunden anfangen. Und dann sagst du, okay, cool, aber können wir das so machen, dass, können sie mich vielleicht für 40 Stunden bezahlen, aber ich würde trotzdem nur 30 Stunden bei ihnen arbeiten? Und dann sagen die, hä, warum das? Naja, ich würde einfach 30 Stunden bei ihnen arbeiten, aber sie müssten mich für 40 Stunden bezahlen, weil die anderen 10 Stunden würde ich in eine Werkstatt gehen und bei einem Werkstattrat helfen. Aber die Werkstatt gibt ihnen das Geld wieder für die 10 Stunden, die sie mich hier zu viel bezahlen. Ist das okay? Da sagt doch jeder Arbeitgeber, äh, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, klar. Also, das ist, das ist halt erstens nicht rechtens, glaube ich. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Aber, ja, es hört sich halt schon, also wie will man das erklären? Ich meine, das ist ja für jeden Menschen, der jetzt hier gerade zuhört und damit halbwegs Erfahrung hat, der denkt sich auch so, ähm, was? Ja. Ich, ich, ich weiß immer nicht, wie sehr ich mich selber da rausnehmen kann. Also, ich glaube, mir passiert das vielleicht selber auch, dass ich da ein bisschen zu persönlich an die Sache rangehe. Aber gleichzeitig würde ich mir manchmal wünschen, dass man, ich sag jetzt mal, wie an so einem runden Tisch zusammensetzen kann und mit der Geschäftsführung in einer, äh, auf Augenhöhe zusammen Sachen besprechen kann. Und dass das nicht, es hat immer, ach, Moment, ist gerade ein bisschen kalter Krieg. Das ist, das ist gerade schwierig. Genau, das ist eben das, dass man, dass man eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, diese Hierarchie ist einfach klar. Richtig, absolut, genau. Ja, warum ist das, ist das so? Also, ich frage mich immer, um jetzt mal ganz, ganz, äh, runterzubrechen auf, auf das Wesentliche zu sagen, äh, ich bin in der Werkstatt als, als Helfer und helfe diesen Menschen, ihre Rechte wahrzunehmen. Genau. Noch dazu, arbeite ich im medizinischen Dienst. Genau. Was ist das Schlimme, menschlich zu sein? Weil, weil, diese, also bei euch oder bei dir war das ja anscheinend so, dieses Menschliche darf nicht sein. Du, du, du leistest einen Dienst. Richtig. So, und das alles andere, was drüber geht, darf nicht gehen. Also, ich stelle mir das immer so vor, jetzt mal ganz übertrieben, äh, du arbeitest ja als Paddler. In einem Schloss, so. Mhm, okay. Und du machst, du hilfst den Leuten. Ja. Aber du kannst jetzt nicht sagen, hm, ich, äh, spreche mit den Leuten über persönliche Dinge. Mhm. Nein, ich habe, äh, nicht mit Leuten drüber zu sprechen, was mir da passiert ist, was mir da geschehen ist. Das muss alles, äh, im Schloss bleiben. Richtig, richtig, genau. Darf nicht, so. Und, 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 ich weiß nicht, was dadurch für ein Schaden entsteht, wenn diese Ebenen verpflichtet. Wischen, weil, du hast ja nichts angestellt. Genau, na, ich hatte, da hatte ich interessante Gespräche mit Kollegen, die zu mir meinten, naja, das kann auch passieren, dass die das gegen dich verwenden. Also, wenn du den betreuten Mitarbeitern zu viel von dir privat preisgibst, dann kann das sein, dass die mal, also, dass die das in, in einem schwachen Moment gegen dich verwenden, dass du dann keine Autoritätsperson mehr bist oder so. Und dann habe ich gemeint, aber das kann doch jemand aus dem Personal genauso machen. Also, wenn ich mich jetzt mit jemandem aus dem Personal anfreunde, dann, und die wissen was Privates über mich, dann kann das doch genauso sein. Ja, ja, natürlich, ja, aber. Was auch immer auf das Argument kommt, ist dann, äh, Martin, du musst verstehen, das sind unsere Klienten. Klienten, das ist wie bei einem, bei einem, äh, Psychiater oder so. Die, das ist eine Dienstleistung. Die, die sind hier bei uns in der Werkstatt und bekommen von uns eine Dienstleistung. Ähm, und da, da gibt's eine gewisse Hierarchie, Martin, das ist halt so. Und, aber das, ich finde, das ist Augenwischerei, weil, äh, also, offiziell, deutschlandweit, das Ziel einer Werkstatt ist ja, dass die Menschen fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Prozentual ist es so, dass, ich weiß, die Zahl ist nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, ein Prozent oder so, ähm, von den Menschen, die in der Werkstatt sind, auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, 99 Prozent aller Menschen in der Werkstatt, also, für die ist eigentlich der Lebensweg vorgezeichnet. Die wissen, die sind auf, also, die sind auf einer Förderschule, die wissen vorher schon, dass sie nach ihrer Schule, in Schulausbildung in die Werkstatt kommen und die wissen, dass sie 40 Jahre in der Werkstatt arbeiten und dann in Rente gehen. Das ist ja genau das, ähm, das fällt ja anscheinend nicht auf, dass da genau da der Fehler liegt. Ich kenne so viele Leute, ich möchte keinen Namen nennen, aber ich war in einem Berufsbildungsmarkt und ich, ich kenne so viele Leute, die ich danach gefragt habe nach ihrer Ausbildung. Und ich habe mein Berufsvorbereitungsjahr gemacht und dann habe ich keine Ausbildung da angefangen, weil ich genau das befürchtet habe, dass mir das passiert. Und genau das ist vielen Leuten nach ihrer Ausbildung eben passiert, dass sie, sie finden keine Arbeit, richtig, weil sie in solchen Bildungsmerken gearbeitet haben und weil die komplette Gesellschaft weiß, oder die meisten, oder sie weiß es nicht, sie denkt, dass die Leute zu mehr nicht imstande sind als, weiß ich nicht, Schrauben sortieren oder so. Ich kenne keine Ahnung. Das stimmt, also die, meines Wissens, die Quote auch in Berufsbildungswerken, der Abgänger, die danach halt eine Stelle finden in ihrer Ausbildung, in ihrem Beruf, ist relativ gering. Das stimmt. Gleichzeitig, also muss man immer sagen, man darf nicht über einen Kamm scheren. Also das ist vielleicht auch ortsabhängig und so. Es gibt ja immer schwarze Schafe so. Und ich glaube einfach, dass diese schwarzen Schafe langsam eine Herde gebildet haben. Also da, da, ein weißes Schiff. Also ich muss, also auch, also wenn das jetzt von mir vielleicht so abwertend klingt immer, auch zu dem ganzen Prinzip Werkstätten. Ich bin gar kein Gegner von Werkstätten. Also ich finde, die Grundidee ist eigentlich ganz toll. Sie wird nur falsch verstanden oder, also entweder muss man es komplett anders anpacken, damit wirklich Leute fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Weil gleichzeitig in den meisten Werkstätten passiert sehr wenig an Weiterbildung oder so. Also wenn zum Beispiel die Mitarbeiter irgendwelche Zertifikate, irgendwelche Art Ausbildung, Weiterbildung machen könnten, die für den ersten Arbeitsmarkt wirklich sie weiterbringen. Das ist ja im allerselstesten Fall so. Also entweder man muss es so rumdrehen, dass man sagt, wir kümmern uns wirklich darum, dass mehr als ein Prozent fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Oder man sagt, okay, seien wir doch mal ehrlich, hier geht es nicht darum, die Vielzahl zumindest fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt, sondern wir sind hier einfach, wir sind ein Unternehmen, wir arbeiten hier Hand in Hand, die betreuten Mitarbeiter erledigen ihre Arbeit und können nicht ohne das Personal. Das Personal kann nicht ohne die betreuten Mitarbeiter. Wir sind hier eine Firma, wir packen das zusammen an und wir arbeiten zusammen auf Augenhöhe. Ich meine, natürlich gibt es Chefs und Vorgesetzte, das ist in jeder Firma so. Aber, also, wie gesagt, es ist Augenwischerei zu sagen, nein, nein, das sind Klienten. Vielleicht ist der Begriff einfach falsch. Vielleicht sollte man es dann einfach nicht mehr Klienten nennen. Ich glaube, dass diese ganzen Begrifflichkeiten, das kommt ja alles noch von früher. Und das ist ja, man kann das ja auf viele Bereiche abwälzen. Also Schulsystem, Fachhochschulreife. Man ist erst reif für etwas, wenn man das gemacht hat. Das klingt schon so. Das ist ein schöner Vergleich. Ja, stimmt. Reif. Richtig. Die sind nicht reif dafür. Das ist immer dieses Erziehen. Und die Leute dürfen sich nicht aussuchen, was sie machen. Sie müssen ein System verfolgen und erst dann sind sie für etwas gemacht. Und die eigentliche These, die ja von Werkstätten oder von Bildungswerken ausgetragen wird, ist ja dieses, wir schaffen sie auf, wir machen sie auf. Richtig, genau. Wir schaffen das mit ihnen. Und man erfährt dann selber, also so war es bei mir, ich kann es ja auch mit dem Berufsbildungswerk vergleichen, ist ja eigentlich fast ähnlich, würde ich sagen. Naja, es gibt schon, sprich weiter. Also natürlich hat es gewisse Unterschiede, aber vom Grundlegenden ist das Problem das Gleiche. Weil ich glaube, also ich habe meine Realschaftsges gemacht an der normalen Regelschule, hatte da natürlich Probleme mit Nachteilsausgleichen am Anfang. Das wurde aber auch behoben, da wurde mir viel geholfen. Und ich habe alle Inhalte gut mitmachen können. Also ich habe mich am Ende dann nachher wohl gefühlt und bin dann raus, weil ich dachte, okay, Abitur schaffst du nicht, es ist zu viel Druck, es ist zu viel für dich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal zu der Arbeitsagentur und frage, wie ich jetzt weitermachen kann. Und die Leute leiten einen Menschen mit mir meistens weiter an Werkstätten. Richtig, genau. Oder am Bildungswerk. Und ich habe schon nach zwei Monaten gemerkt, was ist das hier? Ich habe mich gefragt, für wen ist das wirklich eine erfüllende Tätigkeit? Natürlich gibt es Leute, die weniger Leistung erbringen können. Aber jeder Mensch dort denkt sich doch, irgendwie ist das nichts, wo ich mich komplett mit wohlfühle. Also wenn man weiß, man tut etwas, wo jetzt zum Beispiel, jetzt mal einfach gesagt, ein Maler, der streicht eine Wand und der Kunde ist zufrieden. Ein Redakteur schreibt einen Text und der Kunde denkt sich, oh ja, Text benutze ich, setze ich auf meine Webseite. So. Du als Teilnehmer, wie hieß ein Teilnehmer, ist auch so ein Wort, ich nehme Teil an einer, ich nehme Teil an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. So, das war ja diese Kernaussage. Und dann sitzt du da als Teilnehmer, machst deine Aufgaben und wen interessiert das dann? Also wohin geht das dann? Also du machst ja selbst in der Ausbildung Sachen, die dem Betrieb helfen. Also praktische Dinge. Ja. Also, dass du willst, dass deine Arbeit einen Nutzen hat, dass du sinnvolle Arbeit machst, das ist, glaube ich, menschlich, das ist völlig normal. Der Fairness muss man aber dazu sagen, ich glaube, so ein Berufsvorbereitungsjahr ist nochmal was anderes als die eigentliche Ausbildung, die dann später folgt im BBW. Weil, also es gibt es auch, also außerhalb vom BBW, so bei anderen Ausbildungen, zum Beispiel gibt es Erzieher, und es gibt davor, vorm Erzieher kann man noch einen Sozialassistent machen. Ich hoffe, mich hassen jetzt nicht gleich alle Sozialassistenten, aber, also, weil ich habe es ja selber nicht gemacht, aber wenn ich halt so andere Leute reden höre und so, das klingt für mich auch immer so, Sozialassistent, das ist eigentlich ein, ein, zwei Jahre Beschäftigungstherapie und damit man dann, ich sag mal, reif genug ist, alt genug ist, wahrscheinlich eher, um dann mit dem Erzieher anzufangen. Also, oder Medienassistent gibt es auch, also eigentlich viele, viele von diesen, ich sag mal, Scheinberufen, wo Assistent mit drin vorkommt, außer wenn ich es Rettungsassistent, das vielleicht eher nicht, aber, aber vieles davon ist halt so Beschäftigungstherapie und das gilt vielleicht für dieses Berufsvorbereitungsjahr auch ein bisschen. Mir hat die Forderung gefehlt, dass man dachte, ich mache hier was, was mir was bringt, so und, ich habe Leute gefragt, die Forderung oder die Förderung? Gefördert wurde man ja, denke ich mal, so wäre es bei mir, natürlich wurde, wurde geguckt, Kompetenzen, alles klar, Förderung war da, aber die, die, weiß ich nicht, also wenn ich, wenn ich an einer Schule bin, dann denke ich am Ende des Tages, boah, das war aber, ich habe viel Input gekriegt heute und das war da einfach nicht so und ich habe die Leute gefragt, die eine Ausbildung gemacht haben oder eine Ausbildung angefangen haben, das, das war von den Aus, von den Aufgaben, das Gleiche, also, klar haben sie Sachen gelernt, neue Dinge gelernt, aber irgendwie, nie das Gefühl gehabt, sie müssten sich anstrengen und, und die, die Fähigkeiten, die man nachher hat, die haben sich nicht, sondern nicht erweitert auf den Bereich, den man eigentlich dann besser können sollte. die Ansichten, die, die Gedanken, die Herangehensweisen, dieses Muster von, wie etwas funktionieren muss, zu sein hat und es darf nicht abweichen, und das ist, ja, weiß ich nicht, also, das ist, glaube ich, dieses grundlegende Problem. Wir haben nicht vor, etwas zu verallgemeinern, die Bericht von Erfahrungen, die wir gemacht haben, um jetzt mal was Gutes zu erzählen. Ich kenne viele Menschen, die als Mitarbeiter in einer Werkstatt arbeiten, als, als Klient in einer, jetzt sage ich die Begriffe auch, Klient in einer, Klient in einer, Werkstatt arbeiten, die sagen, ach Mensch, mich füllt das aus, also, das ist dann, das ist das, was ich machen will. und auch von den Einrichtungen, auch von den Bildungswerken und so weiter, gibt es Einrichtungen und Betriebe, die das so machen, dieses Gefühl, ach, ja, hier werde ich ernst genommen, hier werde ich gut behandelt, hier habe ich Spaß, hier ist nicht alles so ernst, hier ist es menschlich, so, das gibt es und das sind auch alles Einzelfälle, aber, dass das, auf Dauer nicht auffällt, wie du sagst, diese 99%, die dann eben nicht auf den ersten Arbeitsmarkt, das muss doch nach Jahren mal auffallen, dass dann da irgendwo dieser Haken ist, Moment mal, das muss irgendwie, ich frage mich so auch, natürlich, gut und gerne, Werkstätten, aber wo ist da die Inklusion, weil, Inklusion heißt ja, Menschen mit und unbehindern zusammenbringen, in einer Werkstatt arbeiten, aber nur Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderung, da, da, da ist man dann wieder so abgeschottet, irgendwie, also diese Grenze ist da schon da. Ähm, jein, es, naja, das ist, also ich meine, das ist glaube ich, also unter Inklusionsaktivisten untereinander wahrscheinlich auch, also das sieht wahrscheinlich da auch jeder anders, ist, also Raul Krauthausen würde mir jetzt auf die Finger hauen dafür, aber, ähm, liebe Grüße, liebe Grüße, genau, es ist halt so, äh, wenn eine Werkstatt in sich ein bisschen anders funktionieren würde, ist sie ja eigentlich inklusiv, also wenn, ich meine, das ist ja ein Betrieb, in dem Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung arbeiten, wenn man es jetzt aus dem Blickwinkel sieht, natürlich, es, es hat ein bisschen was von, wir sind die Aufpasser und wir passen jetzt auf die Menschen mit Behinderung hier auf und die sollen arbeiten, ein bisschen ist es ja so, ähm, das ist natürlich nicht der richtige Weg, aber wenn es so wäre, dass das wirklich auf Augenhöhe ist und man sich einig ist, okay, äh, wir packen das hier zusammen an, wir sind eine Firma, dann im Grund, genau, irgendwo ist es ja inklusiv. Wir machen, ja, diese Barrieren sind ja da und die werden nicht abgebaut, weil, äh, ja, weil diese Distanz da ist, genau was du sagst, äh, man arbeitet ja auch, äh, zum Beispiel, Amtsgericht Kiel, da arbeiten ja auch Menschen mit und ohne Menschen, da ist es aber keine Werkstatt, weil, äh, das ist eine, eine Firma, ein Betrieb, die machen, arbeiten Hand in Hand und das ist in der Werkstatt eben nicht so oder oft nicht so. Genau. Und, ja, das fühlt sich nicht gut an. Also, um mal, also sag mal so, die, die Zahlen müssen ja auch irgendwo herkommen, ich hab, blöderweise merke ich mir die Zahlen nochmal selber nicht so richtig, aber, also das ist halb gelogen, was ich, was ich jetzt sage, aber ich glaube, es waren irgendwie 78% oder so von Mitarbeitern in der Werkstatt, die nach zwei Jahren gefragt wurden, würden sie, wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, nochmal auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln wollen und da haben halt, ich glaube, ungefähr 78% gesagt, nö, ach, mir gefällt es hier eigentlich in der Werkstatt, ich würde hier gerne bleiben. Also, sehr viele Menschen sind total zufrieden und sagen, eigentlich ist das hier ganz schön und das ist auch so, also, wie gesagt, ich hab die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber die kommen in die Werkstatt mit dem Ziel, ich will hier eigentlich nicht lange bleiben, also, und nach zwei Jahren sagen die, eigentlich ist das voll in Ordnung, nö, doch, ich bleib hier. Also, das eigentlich ist das, ist das ja gut irgendwo, das ist ja nicht, das sind ja alles keine Teufelsinstitutionen irgendwie und viele, die jetzt ja sagen, also, es gibt Inklusionsaktivisten, die sagen, Werkstätten sollten komplett abgeschafft werden und also entweder jemand mit Behinderung arbeitet auf dem ersten Arbeitsmarkt oder gar nicht. Und das geht auch nicht, also, ich will, wie gesagt, nochmal, ich will nicht, dass jetzt diese Sendung daraus beschreibt, Werkstätten sind scheiße. Ja, genau, richtig. Oder, 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 oder Berufsbilder sind scheiße. Es gibt im Fernsehen Weilraff, ich weiß nicht, ja, na klar, so, und, und die, machen ja auch sowas, dieses Undercover, man geht da hin und guckt, guckt sich Situationen und Betriebe an. Die suchen ja auch nur Betriebe raus, wo das eben so ist. Richtig, genau. Wenn die Undercover im Supermarkt sind, heißt das nicht, dass jeder Supermarkt seine Mitarbeiter so behandelt, zum Beispiel. Und das will ich in dieser Sendung eben auch nicht so rüberkommen lassen. Genau. Ich will einfach nur sagen, es muss halt irgendwann mal auffallen oder es muss ernst genommen werden, dass wenn die Vielzahl dieser Leute, die da arbeiten, sich nicht wohlfühlen, dass es einfach ernst genommen wird und da angepackt wird. Ich bin ja selber auch bei YouTube aktiv und ich habe auch ein Video gemacht über das Thema, was ich von Werkstätten für bänderte Menschen halte. Und da habe ich auch gesagt, ja, Pro und Contra. So, ich habe die Themenbereiche aufgezählt und da mein Pro und Contra zugegeben und mir haben super viele Menschen geschrieben, ja, hast recht oder nö, eigentlich so, finde ich gut und was redest du, das verstehe ich gar nicht. Und andere Menschen, ja, nö, hast recht, ist blöd. Daran sieht man ja, es gibt solche und solche. Mein Problem ist nur, es fällt auf, aber es wird von den Leuten, die dafür zuständig sind oder die da, nein, nicht die dafür zuständig sind, sondern die da was, die da was machen könnten. Die denken sich, das System muss so bleiben. Das ist ein System, das ist ein, eine, eine, eine Struktur und die darf nicht sich ändern. Das ist so vorgesehen, das ist, ist einfach so. Sagen wir es mal so, das ist ja auch das, worauf viele Inklusionsaktivisten so ein bisschen immer rumreiten, dass die sagen, diese Werkstätten sind zum Großteil und von, von großen, naja, sind es Konzerne in dem Sinne, kann man vielleicht schon sagen, also oder großen Institutionen geleitet, also von Diakonie, Lebenshilfe und so. Genau. Und, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch eine Einflussnahme in Richtung Politik läuft und so. Sicherlich, dass ich meine, das ist bei anderen großen Konzernen auch so, ne, klar. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ist nicht alles schlecht. Genau, das ist, das ist das Wichtige. Und, ähm, also, also meine, ich sag jetzt mal, also meine persönliche Idealvorstellung, wie Inklusion auf dem Arbeitsmarkt funktionieren sollte, ist, also, ja, da gehe ich mit vielen anderen mit, ähm, die Durchlässigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung sollte stärker sein, also, dass man wirklich viel einfacher die Möglichkeit hat, ich sag jetzt mal, bei Audi am Fließband zu arbeiten oder wo auch immer, auch wenn man im Rollstuhl sitzt oder so, aber gleichzeitig die Möglichkeit hat, zum Beispiel in eine Werkstatt zu gehen, also, dass die nicht abgeschafft wird, äh, weil man zum Beispiel sagt, naja, ich, man wird aber, das ist ja auch so, man wird in der Werkstatt ja ein Stück weit betuttelt, sag ich jetzt mal, also, äh, hat, hat Kurse, die man sich frei aussuchen kann, einmal die Woche und so, und also, äh, ich hätte gern das, ich brauche das, ähm, das wäre mir lieber so, ähm, aber, am coolsten wäre es, wenn man nicht unterscheiden muss zwischen, gehe ich jetzt auf den ersten Arbeitsmarkt oder in die Werkstatt, sondern, wenn die Werkstatt der erste Arbeitsmarkt ist, also, wenn es keinen Unterschied macht, ob du, ähm, bei Audi bist oder in einer Werkstatt arbeitest, weil, äh, das ist eine Zweigstelle ist, ja, zum Beispiel, also, ähm, in der Werkstatt, die sind vielleicht mehr eingestellt auf Menschen mit Behinderung, weil die halt, äh, weiß ich nicht, einfach mal fünf Behindertentoiletten im Haus haben und einen Lift und was weiß ich alles haben, ähm, und dann sagt man, dann arbeite ich halt gerne da, ne, dann ist mir lieber, warum auch immer, aber, aber du bekommst quasi dann in der Werkstatt auch Mindestlohn, du bekommst ein ähnliches Gehalt, als wenn du, egal ob du auf der Post arbeitest oder in der Werkstatt, das wäre meine Idealvorstellung so. Das ist ja auch, also, ich komme gleich nochmal zum Mindestlohn, aber, äh, ich würde halt gerne so eine Metapher, äh, äh, einbringen, dieses, was du sagst, äh, oder was wir gesagt haben, Zweigstelle, wenn, wenn der erste Arbeitsmarkt eine gerade Linie ist, äh, und aus dieser, Linie hinaus, läuft daneben diese Werkstatt und nicht, die Linie wird abgestimmt und irgendwo hinten läuft eine andere Linie mit einer Werkstatt. Genau. Das ist das Falsche und Thema Mindestlohn, es ist ja oft so, dass die Leute nicht mal annähernd den Mindestlohn bekommen. Genau, richtig. Ich meine, es gibt, lustigerweise gibt es ja so eine Art Mindestlohn für Werkstattmitarbeiter, das sind 132 Euro, also, äh, das setzt sich zusammen, also 52 Euro plus 80 Euro, also, aber, ja, das ist natürlich was anderes als der Mindestlohn, der halt auf dem ersten Arbeitsmarkt gilt, das stimmt. Das ist ja, lass mich nicht lügen, dieses Arbeitsfördergeld. Richtig, das sind 52, dieses Arbeitsförderungsgeld und 80 Euro, ähm, weil, also, in Werkstätten gibt es auch so eine Art Ausbildung, die man macht, wenn man da erstmal anfängt. Man ist zwei Jahre im Berufsbildungsbereich, wo auch, das ist so ähnlich, man erstmal so ein bisschen beobachtet wird, was kann man, wo können wir den einsetzen, ja, und, ähm, während man im Berufsbildungsbereich ist, bekommt man 80 Euro, zum Beispiel vom Arbeitsamt, das können verschiedene Träger sein, ähm, oder Kostenträger, und, es gibt halt das Gesetz, dass sozusagen, diese 80 Euro, die man da bekommt, dass, wenn man danach, nach diesen zwei Jahren, fest in einem Arbeitsbereich ist, also Wäscherei oder was es so gibt in der Werkstatt, dass das nicht, dass dann dein Lohn nicht niedriger ausfallen darf. Das heißt, 80 Euro bekommst du definitiv, plus 52 Arbeitsförderungsgeld, also, das heißt, es gibt so eine Art Mindestlohn für Werkstätten, also 132 Euro, aber, wie gesagt, war, also, das ist, es ist, eigentlich ist es völlig absurd, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, ähm, in der Werkstatt arbeiten Menschen, die nicht mehr, äh, also, zum Beispiel fähig sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Nicht mehr fähig, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, ist man, wenn man zum Beispiel es nicht mehr schafft, mindestens 15 Stunden in der Woche zu arbeiten. also, das wären quasi, Montag bis Freitag wären das drei Stunden am Tag, und wenn man es nicht schafft, drei Stunden am Tag zu arbeiten, gilt man als, das ist auch nur Halbwissen, was ich habe, aber ich hoffe, das stimmt alles so, äh, wenn man nicht mehr, mindestens drei Stunden am Tag arbeiten kann, gilt man nicht mehr als so arbeitsfähig, ne, und dann kommt man, sagt einem das Arbeitsamt, naja, vielleicht gehen sie mal in die Werkstatt, und die machen sie wieder fit für den ersten Arbeitsmarkt. Dann kommt man in die Werkstatt, und was da lustigerweise passiert ist, dass man, um in einer Werkstatt zu arbeiten, mindestens 15 Stunden arbeiten können muss, in dieser Werkstatt, und, und deswegen, also in der Werkstatt hast du dann halt sieben oder acht Stunden Arbeitstage, kann auch weniger sein, man kann auch halbtags gehen oder so, ne, aber wenn du nicht mehr mindestens 15 Stunden arbeiten kannst, also drei Stunden am Tag, dann bist du nicht mehr werkstattfähig. Also es ist, also irgendwie ist dieses System in sich absurd. Also Leute, die nicht mehr drei Stunden arbeiten können, arbeiten in der Werkstatt dann für acht Stunden oder so, weil das ja keine Arbeit ist, was die machen, sondern das ist ja eine Fördermaßnahme. Das sind ja auch keine Arbeiter, das sind ja Klienten. Also es ist so widersprüchlich in sich, also wie gesagt, das müsste man halt, das ist im Grunde nicht verkehrt, weil die können das, warum können die denn auf dem ersten Arbeitsmarkt, nicht drei Stunden arbeiten, aber in der Werkstatt können sie mehr als drei Stunden arbeiten, weil die Bedingungen in der Werkstatt meistens besser sind, weil sie dort oft ruhiger mit mehr Pausen arbeiten können und so. Also toll, aber wie gesagt, aber dann irgendwie müsste man diese ganzen Begriffe mal aufbrechen und mal entschleiern als das, was sie eben wirklich sind. Da bin ich genau deiner Meinung und ich glaube viele der Leute, die hier jetzt zuhören auch. War eine ganz verfängliche Frage. Ja. Könntest du dir vorstellen, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten? Ja, ich könnte es, um zu schauen, irre ich mich mit meinen Ansichten oder du hast eben was Schönes angesprochen, dieses, ich habe jetzt eigentlich nicht vorher so lange zu bleiben und dann kommt nach zwei Jahren, ach ja doch, finde ich ganz schön. Warum soll das nicht bei mir auch passieren? Also man sollte das schon machen, aber es ist halt, es ist halt, dann das Problem, auch bei mir gewesen, dass man, oder dass ich sehr schnell gemerkt habe, wenn mir die Forderung fehlt und wenn mir nicht so viel zugetraut wird, dann geht es mir schlechter. Und dann, das trage ich aber jahrelang mit mir rum. Auch diese Sachen, die ich da erlebt habe, die Sachen, die zu mir gesagt werden, das war, ja, stimmt, das ist auch ein Satz, den ich nie wieder vergessen werde. Oder das sind zwei Sätze, die ich so, sie sind der Einzige hier in dem Berufsbildungswerk, der einen Realschulabschluss hat. Das ist schon eine ganz große Leistung. So, und der zweite Satz war, ich sage zu meinem Pflegedienst, der intern da war, ja, nächste Woche, ist ja meine letzte Woche, dann mache ich ja, dann gehe ich ja wieder zur Schule in Hamburg. Ah ja, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Hauptschulabschluss. Und ich so, nein, ich mache dann Fachabitur, aber gut. Vielleicht habe ich verwechselt. Ja, ich weiß nicht, aber nein, es ist wieder, ich will wieder nicht über einen Gramm Scherben versuchen. Ich würde es versuchen, ja. Weil, eigentlich, du bist insofern ein gutes Beispiel. Also, du planst ja fest, beruflich in die Medienrichtung zu gehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt schon so festgelegt hast, wie das mal später werden soll, was du machen willst. Aber, sagen wir mal, ich frage es mal ganz doof. Also, wenn du jetzt zum Beispiel in einer großen Druckerei als Mediengestalter arbeiten könntest, die halt, ja, also wie gesagt, Magazine drucken und sowas. Könntest du dir das vorstellen, theoretisch, auf dem ersten Arbeitsmarkt? Schon, ja. Also, was ich gemerkt habe und wofür ich auch sehr dankbar bin, ich habe bei Tide, also, der Sender, wo wir sind gerade drauf, ein Praktikum gemacht und ich habe mich dort beworben, ich bin angenommen worden und es war eben, ich habe gesagt, ich sitze im Rollstuhl, ja, okay, ist kein Problem, okay, dann fühlt man sich schon mal wohl und dann kommt man da hin und man sagt nichts, man sagt nur, ich muss dann und dann zur Therapie, ich muss dann und dann dahin, weil man hat ja, oder ich persönlich, habe Termine in der Woche, die ich wahrnehmen muss, um meine Gesundheit aufrecht zu halten. kennen viele, so, es wurde gesagt, mach Pause, wenn du brauchst, aber das wird zu jedem gesagt, der bei Tide arbeitet, oder ich hatte nie das Gefühl, die, dass man anders behandelt wird, packen mich in Watte, weil ich eine Behinderung habe. Nee, ich musste mal einen Vormittag alleine da sitzen und nach zwei Wochen Praktikum Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. da war die Forderung, die mir zum Beispiel im BBW gefehlt hat, voll da und da dachte ich, am Ende des Tages, boah, da, da habe ich was gemacht und es war aber immer so, dass ich gesagt habe, oder dass ich auch gemerkt habe, man kann mit den Leuten reden, einem wird geholfen, die Ebenen sind zwar verschoben, aber die sind auf Augenhöhe, es war alles schön und na sicherlich gibt es, es gibt ja viele Betriebe, die eben die, diese, diesen Betrag zahlen, damit sie keine Winnertmenschen aufnehmen müssen, finde ich auch ein Unding, aber gut, ist jetzt ein anderes Thema, aber es gibt auch viele Betriebe, die das genauso machen wie Tide und ich glaube, da ist der Unterschied, du sagst, große Druckerei, je größer der Betrieb ist, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als benerter Mensch, weil du aus der Norm fällst, untergehst. Da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen, also kann sein, dass es so ist, das kann ich weder ja oder nee sagen. Das glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber also weil, weil das mit der Druckerei habe ich deswegen gesagt, weil jetzt so als Beispiel, also meine Idealvorstellung wäre, dass du dir quasi ausruhen kannst, ob du jetzt hier in der Hamburger Großdruckerei Thomsen arbeitest oder ob du in, weiß ich nicht, in die Hamburger Werkstätten gehst, die eine Druckerei haben und am Ende ist es aber dasselbe. Also du bekommst ungefähr dasselbe Geld. Der Unterschied ist nur, dass du halt vielleicht in der Druckerei, in der Werkstatt, ich sag mal ein bisschen mehr, in Watte gepackt wirst. Also dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr natürlich auf die Menschen mit Behinderung eingehen kann und weil halt einfach auch viel mehr Personal drumherum da ist, das dafür da ist. Ja, ein bisschen ist auch gut, immer auch auf dem Niveau. Auf dem Niveau, wie man es braucht, das ist gut und solange Folgendes passiert, Menschen, alle Leute dürfen und sollen offen auf Behinderung der Menschen zugehen und dürfen uns ansprechen. Wir weiß nicht, wir... Die meisten. Die meisten. Die meisten. Aber wir haben ja schon andere Sachen erlebt. Ich glaube einfach, diese Berührungsangst ist auch verbunden mit ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu dem und dem in der Lage ist und solange es etwas passiert, dass man sagt, brauchst du dabei Hilfe oder einem wird geholfen und man braucht die Hilfe nicht, dass man sagt, pass mal auf, so brauche ich die Hilfe nicht, aber wenn du mir da und dabei hilfst, okay. Und dann wird es verstanden. Wenn das passiert und eben ja, nicht nicht immer wieder neu gefragt wird, was man für Unterstützung braucht oder immer wieder gedacht wird, dass man bei etwas Unterstützung braucht, was für einen total selbstverständlich ist. Ich sage auch immer, ich sage auch immer, dass keine Frage an mich eine dumme Frage ist, weil viele Leute wissen nicht, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen oder querschnittsgegeben zu sein oder blind zu sein. Ich wohne in einem blinden Denat, selbst ich als behinderter frage, Mensch, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie orientierst du dich? Und dann sagt der Blinde, ja, das ist aber für mich vollkommen verständlich, dass ich das so und so mache, oh cool, ja, und dann hat man es verstanden und dann lebt man damit, mit der Situation und denkt sich nur, okay, normal für den, normal für mich, aber ich unterstütze ihn bei Sachen, wo er Hilfe braucht. Und das ist vereinzelnd gerade in solchen Betrieben noch spürbar, dass es auch so ist. In irgendwelchen, in großen Betrieben meinst du jetzt oder wo? Ja, also ich denke, dass da nicht drauf eingegangen wird, sondern dass es bemerkt wird und dass man dann sagt, nee, geht nicht, machen wir nicht. Zum Beispiel, ich glaube, dass bei vielen Betrieben zum Beispiel eine Angst ist, wenn man sagt, ich bin blind, ich bewerbe mich jetzt hier bei Ihnen und ich brauche aber als Hilfsmittel eine Breitseile. Nee, also das machen wir nicht, weil es sind halt Kosten und so. Die doch aber eigentlich von der Krankenkasse gezahlt werden. Genau das, genau das. Und da schreiben sich die Betriebe dann trotzdem gegen, weil sie Angst haben, dass der Arbeitnehmer nicht so viel Leistung erbringen kann. Und das ist bei einem Betrieb so und bei einer Werkstatt sollte das so sein, dass eben nach diesen Bedürfnissen gefragt wird, dass alle Fragen gestellt werden, aber man eben damit lebt und irgendwann nicht mehr gefragt wird, sondern etwas dem Verständnis. Und das ist in großem Betrieb, glaube ich, schwierig. Genau das, was du halt vorhin gesagt hast, mit dieser Abgabe, die da gezahlt werden muss und dann zahlt man halt lieber diese Oh, das ist der Halbwissen hier von uns, 150 Euro, ich weiß es nicht, was man da zahlen muss, aber das kann, vielleicht ist es ja, dann sind es ja auch 100.000 Euro. Das müssen mehr sein, also. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es, ja. Na gut, aber vielleicht ist ja dein nächster Gast aussagekräftiger und hat nicht so furchtbar gefährliches Halbwissen wie ich. Ja Martin, es hat mich sehr gefreut, dass du hier bei mir warst. Oh, so spät schon wieder. Ja, wir haben jetzt wahnsinnig lange geredet. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du hier warst und dass du mit mir darüber geredet hast, das Thema Werkstätten für bewähnete Menschen und auch noch einige Unternehmen. Ich denke, wir haben gut unsere Einblicke und Erfahrungen rüberbringen können und nochmal als Fazit, wir sagen nicht, dass alles schlecht ist. Wir sagen nur, dass an manchen und einigen Stellen mehr noch etwas getan werden soll. Richtig, genau. Von Leuten, die da Einfluss drauf haben. Genau, das ist eigentlich das Fazit der Sendung oder der Anlass. Mensch. Tatsächlich, was ich mir wünschen würde, also ich weiß, ein bisschen ist es nochmal abhängig davon, welche Gäste sich bei dir melden und so, aber was vielleicht auch mal interessant wäre, jemand einzuladen, der eben selber in der Werkstatt arbeitet und wie er das persönlich wahrnimmt. Also, offiziell Aufruf, wenn jemand dabei ist oder den Hörern oder den Leuten, die da jetzt zufällig oder doch gewollt auf diese Sendung gestoßen sind und sich gedacht haben, Mensch, klingt gut, möchte ich gerne was zu sagen, möge sich bitte melden. Kontaktdaten brand-business at gamics.de Fazit, was möchtest du noch sagen? Ich habe einen sehr langen Heimweg. Das stimmt. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt und, und, ja, schön dich kennengelernt zu haben. Das geht mir genauso. Stay tight, stay teedle. Es gibt in den USA eine Wäschefirma, die heißt Tide und die wird genauso geschrieben. Und wir haben tatsächlich Waschpulver bei Tide stehen von Tide. Ich finde es schön. Also zu dem Thema, ja, wir heißen Tide. Vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Das muss man auch mal, das muss ich auch noch mal sagen. Nochmal ganz zum Abschluss, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.